hallo liebe freunde der pyrotechnischen unterhaltung herzlich willkommen ja zu diesem einladungsvideo heute ergeht nämlich herzliche einladung an euch zu unserem nächsten test schießen am 27 dezember um 19 uhr hier bei uns in schlüsselfeld einlass ist ab 18 uhr 30 und es wird wieder natürlich auch etwas zu essen zu trinken geben döner pizza crepe was das herz begehrt glühwein und dergleichen ja für das leibliche wohl ist also gesorgt aber was gibt es denn auch an feuerwerk zu sehen ja zu sehen gibt es sehr viel wir haben diesmal natürlich wieder dabei vulkane fontänen wir haben batterie feuerwerk dabei hier unsere neuen produkte aus der eigenen herstellung kann man nicht sagen aus der eigenen entwicklung dann verbünde verbund feuerwerk um es genau zu nehmen aus unserer eigenen kreation entwicklung aber auch raketen und viele andere dinge verschiedener hersteller sei es leslie sei es weko nico und ja auch funke vielleicht ein bisschen funke feuerwerk also es viel zu sehen es gibt viel zu sehen bei uns ihren schlüsselfällen am 27 ja und um 0 uhr nachts auch den 28 ja da kann man auch seine ersten bestellungen vorbestellungen schon abholen also wer zu uns kommt der kann sich das test schießen anschauen wer vorbestellt hat kann gleich um 0 uhr nachts dann seine ware seine vorbestellung mit abholen und ein bisschen noch im laden einkaufen für alle anderen öffnen wir unser ladengeschäft am 28 12 früh um 8 uhr ja was gibt es noch zu sagen dauert etwa eineinhalb stunden und ja wir freuen uns wenn ihr kommt auf euren besuch bei uns ja bis dahin wünsche ich noch eine schöne zeit viel vorfreude auf silvester und dann bis zum 27 bei uns